Auf Palle 2 Sieger Kolungos A.T.A. So, wir kriegen auf Palle 2. Arjenwein, griechisch Römich, 65 Kilogramm. Arthur Johannes, Magda Kirschen gegen Lehmann Otto Tharheim. Bereithalten, 71 Kilogramm, Wurschumax, Weißwasser gegen Tietze Nils, Aue. Im Anschluss, 80 Kilogramm, Schmachmus, Braun gegen Lehmann, Aue. Der Knochen, der war hier so unten. 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 Auf Warte 3 macht es sich bereit, 70 Kilogramm, Nurschke-Max, Weißwasser gegen Tietze Nils Aue. Sieger auf Nummer 3, Löfler für ihn getan. Auf Warte 3, 71 Kilogramm, Nurschke-Max, Weißwasser gegen Tietze Nils Aue. Sieger auf Nummer 3, 80 Kilogramm, Schmalkus, Blauen gegen Lehmann Aue. Im Anschluss, Papierhoh, Blauen gegen Bunte Terheim.